Ich habe an einem Donnerstag angerufen und am Freitag hatte ich meinen ersten Termin. Ich habe eben davor schon bei einer anderen Praxis angerufen und da habe ich halt einen Wartetermin bekommen von zwei, drei Wochen. Und bei der Physiopraxis hier war es einfach so, ich hatte am nächsten Tag einen Termin. Das war top. Ich hatte einen Sprunggelenkbruch und ich habe Lymphdronage bekommen. Und ich weiß noch, ich bin nach der ersten Behandlung raus und mir ging es schon gefühlt besser. Also tat mega gut. Ich würde auf jeden Fall die Praxis weiterempfehlen. Absolut. Also ich muss sagen, ich fühle mich einfach wohl. Gefühlt war es eine Zeit lang auch wie so das zweite Zuhause, weil ich einfach zwei bis drei Mal pro Woche hier war.